Hallöchen Sautorinos, herzlich willkommen zu 1.21 Bedwars mit dem versprochenen Baumblau! Hallo! Hi! So, kannst du gut spielen? Du musst jetzt alles ganz genau erklären, was man machen muss. Ja, ist einfach Bedwars spielen gegeneinander halt, ne? Das Kaufsystem hier. Ja, ich finde das Kaufsystem eigentlich ganz cool. Kannst du Bedwars gut? Ja, wie auf Rewe fast. Ja, ja. Kannst du etwas gut? Jo, ich bin bekannt für das Fastbrillchen. Okay, super, das ist gut. Ach, Mann, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das alles mache, so. Ich flieg kurz zu dir rüber. Mach das! Mach das, oder? Ja, jetzt YouTube mal vor allem, ne? Oh, stimmt, da war ja was. So, Alter, die Merp ist ganz schön groß für 1.21. Jo. Alter, ich habe mittlerweile ein bisschen dran gefeilt, Alter. Und wirst du schon in der Mitte an Fastbrillchen? Bin schon zweimal in der Mitte gewesen. Okay, cool. Also hast du zweimal Gold, ja? Oh, scheiße. Okay, du bist runtergefallen, okay? Nein, nein. Alter, wie hoch du dich baust, ey? Mega. Ich muss erstmal zurückgehen, ey. Blöcke holen, ich habe keine Blöcke mehr. Gibt es irgendwelche Regeln, die man... Nee, das ist einfach nur ganz normal Blöcke spielen. Ist egal, auch mit Gold oder ohne. Also kannst du ruhig mit Gold, ne? Emerald sogar. Stimmt ja, hier war ja was mit Emeralds und so. Ja, da war ja was. Wie regt man das? Äh, wenn du jemanden tötest. Wow. Dann kannst du den Teleporter hinter dir benutzen. Hä? Stimmt, ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Also, ich habe mal gespielt. Das ist an sich ganz cool, aber das muss man mit mehreren Wände machen, zusammen. Ja, dann lohnt sich's mehr. Ja, das stimmt wirklich, ja. Das lohnt sich viel mehr, denn. Ach, bau dir doch nicht so hoch und der Fastbrill, ist das nicht wirklich, okay, ey. Ja, ja. Geh doch bitte weg. Komm schon, komm schon. Nein, was? Geh bitte. Nein, 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 nein. Uiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich geh mal denn zu dir, ne? Du zu mir wahrscheinlich. ich weiß es nicht ich kann es aber vermuten warte mal ich vermute es hier ja mann nice alter das war recht offensichtlich sogar muss man sagen treppe hoch bestimmt dann hier durch ich kann mir jetzt richtig dann hier hoch noch mal ja mann ich hab das freut mich gibt irgendwie so best of five oder ne ne das ist einfach eine runde außer wenn die runde da muss ich anstrengen außer wenn wirklich die runde sehr sehr kurz ginge wenn jetzt so die runde unter vier minuten ginge ja dann können wir ein best of three machen wenn du willst so ich bin es eklig dass ich meinen neunten slot nicht habe für die copweb und so das ist nicht schön so du bist ja richtiger pvp spieler hier mit copweb und soja ich wollte es aber ich mache es lieber doch nicht weil es irgendwie dumm ist ich überlege gerade wie ich das jetzt alles mache ich weiß nämlich nicht wie ich das gerade alles anstellen soll entbogen ist hier gar nicht teuer hast du echt bist du weißt du in der mitte ja ach ja du warst ja unten drin nein scheiß alter ach fuck ich habe hier copweb und springen runter ja gg nein spaß ich war nicht in der mitte ich jetzt aber ich sehe ich nein 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 ach fuck ich baue mir noch in der falschen richtung nein er hat wirklich ein bogen machen 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 wir das ist genau vier minuten er macht man besser okay ach nee er kommt da erst mal mit bogen ne ich hab mir doch kein bogen gekauft es war ein schneeball echt jetzt da bin ich der im ersten platz hatte mein skin hast du es gesehen nee habe ich nicht gesehen müssen wir mal gucken müssen wir gleich mal gucken aber wir kommen zum nächsten match das ist halt jetzt im best of three aber okay mal gucken wie das so wird wo ist jetzt die mitte da okay ich wollte zuerst zum teleporter gehen ey ich auch weil wir so blöd spawnt so einmal das sind ja schon mal ein paar mehr blöcke super ja ich glaube hier ist jetzt wird es glaube ich ein bisschen ach nee jetzt fängt die kacke schon wieder an von mir ne von mir ich schaffe drei blöcke zu fast britschen vorteil für dich mach ich nicht mal das ist mir zu kritisch bei den betteln ich sag mal nee ich hör jetzt auf zu fast britschen halt ohne scheiße das ist doch nicht wahr ey das gibt das doch nicht echt ey nein ich hab's versucht mein ganzes schönes eis ist weg das ist immer so richtig in der versuchung ist man da ja ist echt so man will unbedingt in die mitte gehen ja ich machs gerade trotzdem ey lol es leckt ja sehr gut hä hä oh lol anschein gab es mir grad ne feder im shop lol wo ist denn das fett mensch ich weiß es nicht ich hab die maps hier so gut wie noch nie gespielt ich suchs grad ja dass du schnell bei mir abbauen kannst ne so einmal bitte das 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 also erstmal so so und fuck ich brauche 1 silber 1 silber man jetzt bohren nur du kack silber ohne scheiß danke ah so einmal bitte das da ich liebe dieses kaufsystem bei revie und so ne bah im gegensatz zu kommen es wird einfach so schön ne ja gut bei gomme hotkin geht auch klar ja aber das ding ist irgendwie so bei gomme dauert es halt ewig bis der shop sich öffnet auch also du musst ihn einzeln immer öffnen ja das schon wirklich ja genau 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 ich glaube das ist der hauptgrund wieso das so scheiß also scheiß ist irgendwie sein uhlala na mark wie geht's wie steht's gut gut dir ja alle gut ja ich habe mich erstmal zur falschen seite gebaut merkte ich hä hä hattest du den schon gebaut hä hattest du den schon den Weg gebaut hä 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 das ist so was bei dir so 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 alter 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 das finde ich zum beispiel auch mega gutes system hier ne du kannst ja 5 äh pfeile hier für 1 silber holen wir machen ohne bohren für einen gut. Haben wir Schatz? Nö. Na also. In der Regel. Nur weil ich keinen habe. So. Jetzt muss ich bloß gucken wie ich das ganze handle. Jetzt muss ich bloß gucken wie ich das ganze handeln werde. Eieieiei. Das wird was. Hey. Na? Was geht? Ist ja gar nicht auffällig oder so. Nee nee. What the fuck? Ja. Lol. Läuft dich durch. Ja man. Hä? Was? Wo ist das Ben eigentlich? Ohne Scheiß ne? Du hast mich voll gehittet bis auf eineinhalb Herzen runter ne? Und bist du auf einmal. Ja. Du standest eben bei mir. Hast mir voll die Hits gegeben auf einmal und war fast tot. Und auf einmal warst du hinter mir. Hä? Du hast Mapvorteile. Du kennst die Maps. Nee. Ich kenne sie wirklich nicht. Ich kenne wirklich keine Map. So hat das Spaß. Alter. Hä? Ah ich weiß wo das Bett ist. Ist mal im Ernst. Hä? Hä? Wo ist das Bett? Ach da. Ah. Hier ist sogar ein Tipp. Das ist wie wir dumm eigentlich. Ja hier ist sogar ein Bett. Ein Tipp an sich überhaupt. Ach du Kacke ey. Da ist schon wieder so genau das gleiche ey. Lol. Einfach mal mega zurückgepackt. So. Einmal bitte das. Danke. Im Hits gegeben. So. So. Das Goldchen in der Mitte holen. Nein 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 nein. Böser Mark. Böse böse böse. Darfst du nicht. Wehe. Der hat jetzt schon einen Bogen und ich komme in der Mitte ey. Scheiße das Ding ist. Nein 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 nein. Schade. Schade 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 schade. Aber war ein gutes Match. Ich habe gewonnen. Ja. Ich war auf vier Herzen. Ja. Ja ja. Ich bin halt durch den Fallschaden. Oh mein Gott. Ich habe halt durch den Fallschaden nochmal ein bisschen passiert. Ja das war. Ich will nicht mit Bogen spammen. Weißt du. So einer bin ich. Wir können auch eine dritte Runde machen. Alles oder nichts. Okay. Alles oder nichts. Können wir gerne machen. Das machen wir. Okay. Okay. Gehen. Er ist draußen. Kommen wir in meine Runde. Wo denn? Da wo ähm. XX Catboy. Ja keine Ahnung. Vier oder sechs. Vier oder sechs. Sechs. Ja. Ja man. Catboy. Oh mein Gott. Na fünf Jahre. Hey. Geil. Hat er ja lange gedauert oder so. Ja. Willkommen zur finalen Runde. Zur alles entscheidenden Runde. Deswegen heißt die Map auch wahrscheinlich final. Richtig. Wurde nach uns. Warte. Ich muss gucken welche Richtung ich gehen muss. Hier sieht es schlecht aus. Hier sieht es gut aus. Ich gehe jetzt mal hier in die Richtung. Ja. Bin ich geschoben oder so? Nee nee. Siehst du bloß nicht. Nee nee. Ah gut. Ich habe schon einen halben Weg. So. Bin ich gespannt. Jetzt geht es um alles oder nichts. Alles oder nichts. Mal gucken. Ja. Vielleicht. Vielleicht bin ich ja die Runde. Der ist immer so richtig knapp gewesen. Nee. Weil wir beide kein Bett mehr hatten halt. Nein. Ich glaube ich bin runtergefallen. Du glaubst es? Ja. Der XX Catboy ist am Start. Warte. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee wie ich das mache. Diesmal vielleicht ein wenig anders. Bin mir aber unsicher ob es klappen wird. Gesamtheit. Was war das? Meine Freundin. Achso. Ist sie bei dir? Ja. Ja. Es ist für dich nicht schlimm aufzunehmen wenn niemand dabei ist. Nö. 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 Sie sieht man ja eh nicht. Und sie liest. Nein. So ist das ja nicht gemeint. Ne. Das ist so gemeint. Äh. Sie will halt nicht gesehen werden. Und andererseits ist es halt so. Ähm. Das. Sag schon. Sie eh immer Bücher liest. Während ich ein bisschen zocke hier. Und sie will ich immer eh abweist. Wenn ich bis zu hier hin gehe. Alle haben eine Freude. Ich habe keine Zeit. Ich habe schon seit über drei Jahren eine. Mann ey. Die Blöcke reichen null aus. Ey. Oh. Vor allem. Ich habe hier so einen übelsten PvP-Skin mit einem Goldapfel vorne drauf. Ich fäll hier jede Runde. Das ist ein UHC-Skin. Oh mein Gott. Du warst hier halt hochgebaut. Nee. Hä. Wo denn? Nee. Ich? Bist ja gar nicht oben drauf oder so. Nee. 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 Wenn ich dich jetzt runter wachst. Ah. Wichtig. Aber wenn du mich runter wachst. Hast du mich nicht. Ja. Wo ist denn hier schon wieder das Bett? Hä? Hä? Jetzt mal ehrlich. Ich komme hier nicht mehr hoch. Warte. 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 Ich helfe hier. Komm mal kurz her. Oh mein Gott. Alter. Nein. 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 Ach. Da ist das Bett. Ja. Danke. Danke. Ja. Ich wollte es gerade abbauen. Nein. 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 Ja. Ja. Ich bin doch noch so viel. Ich bin doch noch so nett. Ich wollte dir helfen. Ja. Genau. Alter. Du wolltest mir eh bloß runter boxen. Ey. Doch. Ey. Ich wollte hinten gerade. Oh. Hä? Ich hätte schon längst auf die Waals. Ja. Aber trotzdem wolltest du mir einfach so raus. Rein aus Provokation bestimmt runter boxen. Ey. So. Nee. Ach. Fuck. Fehl. Nee. 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 Jetzt hole ich dich. Alter. Bin ich eigentlich Team Blau? Ja. Sehr schön. Ja. Team Blau. Wegen Baum Blau. Ne? Ja. 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 Hä? Ein Fehler im Shop. Ja. Nice. Oh. Sehr gut für mich. Aber in der letzte Runde auch. Einfach neu öffnen. Dann geht es. Ja. Habe ich eben gemerkt. Ich brauche mal ein bisschen was zu essen. Hi. Da kommt der schon wieder. Warte. Ich will mal kurz was testen. Ich will testen, ob ich ein Wetter brauchen kann. Warte kurz. Kannst du vergessen, ey. Nein. 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 Oder? Ach du meine Güte. Der hat sogar dazu gebaut gehabt. Nein. Oh. Bist halt jetzt richtig gut equipped. Es geht noch. Es geht noch. Nein. Es geht noch gut. Ja. Geht noch besser. Ja. Finde es kacke. Wenn du im Shop bist. Kannst du deine Items nicht. Ja. Das finde ich auch schade. Ja. Das ist wirklich schade. Das wird verhindert. Ja. Das ist echt schade. Ja. 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 Ich dachte gerade dann so. Fuck. Ich habe glaube ich bei mir nicht mal krass zugebaut. So. Einmal das bitte. Einmal das bitte. I'm on the way, ne? Ich auch. Das freut mich auf jeden Fall für dich. Nicht. Für mich nicht. Ach man. Nee. Bitte. Bitte lass mir gewinnen. Eigentlich könnten wir uns Gold holen. Lass uns absprechen, dass du gewinnst. Und ich schneide es extra rein. Ja. 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 Jaja. Ja. Jaja. Ja. Ja. Nein. Oh mein Gott. Was. 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 Halter. Du willst mir doch verarschen, oder? Tschüss, Halter. Nein. 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 Ja. Du. Ja. Wirst du mich verarschen. Ich wog mich auch. Mann, ey, das war so ein Pech, ey, ne? Oh mein Gott, wie viel Glück ich hatte noch. Ja, das war wirklich Glück von dir, dass du oben drauf geblieben bist. War das nicht zwei Versuche sogar, dass du oben drauf geblieben bist? Ja. Warst du nicht zuerst fast runter und dann hab ich dich nochmal hochgeboxt? Nein. Nee? Okay, Alter, ey. Loil. GG, Alter. Gut, dann sehen wir uns. Beim nächsten Battle-Wieder, beziehungsweise bei der nächsten Folge am Mittwoch, schaut auf jeden Fall bei einem Baumlauf vorbei. Wie wurde bei Rage? Was? Gut, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Wir sehen uns dann, lasst ein Like, beziehungsweise ein Abo da. Bis dann, ciao. Tschüss.